so moin leute und willkommen zum nächsten let's play diesmal nehmen drei leute von uns auf dabei killer sticks ja ich bin blau und hab blaue haare ja und peric nimmt noch auf mit drin am ernein links denke ich mal alle in der video beschreibung zu den anderen sichten von uns jetzt extra nicht nee okay dann halt nicht dann halt nicht okay dabei ist noch kathie mit leona hallo und futaken mit tecker im hallo ich hasse ihn ja wegen commentary so ein bisschen in der mitte dran danach kommt es da bin ich gespannt und dann blitzcrank ja endlich mit mitte ich kann auch krass gehen wenn du wenn du gleich mal schön kürzt nach stunden spitze hier alle mit chars in der mitte oder sondern jetzt bin ich bei any grad angelangt mal viel spaß dann wegen zu wunderschöße kriegst wie keine ahnung api ich bist so wahnsinnig jung das muss die mara spielen das lustig nicht alle zwei minuten ein kill holen wir haben sterben sterben ja ich hätte schon articari spielen sonst naja der fabi hat letztens schon ein bisschen geraged als er dann ari im jungle spielen musste ja das habe ich gehört wegen bluboff stil und so ja ja wir hatten auch mega die tryhards im gegner team die kamen dann direkt mit vier leuten invaden und alles und dann war natürlich ari ihr jungle ja abgefuckt kannst nix mehr machen dann ja natürlich das ist normal bei dir ne natürlich dann skillst du als du zuerst deinen feuerkegel hoch damit du ihn schön stacken kannst damit du einen stunn hast ja werde ich machen ach so wir wollen in welt nachher stimmen ja das hast du leider schon weiß was du nase immer in weht ja muss halt wir haben versucht in commentary aber die wollten sich lassen was haben die denn für ein komisches tristaner mitte ok die kann ich börsten ja die kann mich auch easy bürsten 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 die bürstet mein haar wenn die dann bürsten mit dem flash oder so dann bist du im arsch ah mal gucken wieso gehen das hier nicht los ich hab nicht geskippt extra hat jemand von euch geskippt nicht oder oder hat jemand geskippt ich hab Bock zum skippen kopf extra dorans jetzt habe ich 50 ap jawohl was ist denn skippen ich weiß gar nicht wovon du redest boy das ding ist das platte screen was die bürsten 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 hey wake up hey wake up ich hab eigentlich kein Bock zu invaden tja kannst ja da bleiben Prozent dann bist du für Justin gestorben wenn du nicht invaden willst du siehst dann was keine ahnung ja wenn keiner invaden ich geh auch alleine gerne also du kannst mit Udi er geht das noch einigermaßen gut Udi er mit Rapport dann boom hey dann kannst du direkt unser blu haben Pantercill Carti was hast geskillt dann geh mal vor wir sind noch ein bisschen früh ne ja noch weiter gehen wir noch nicht oder oh 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 ja ja Farrak hat man gesehen weiter gehen was ich hab mich nicht gesehen ich bin Ninja drinnen mehr du bist Ninja oh Justin steht auch draußen eigentlich aber er ist unsichtbar wir noch mal schnell nächsten Go oder was ja drauf los geht's mir ist alles egal das ist ganz viel zu früh scheiß drauf go ich muss eh gleich weg also ich kann nicht bis zum Schluss bleiben boah oh cool danke nein ich musste im w-skill ja oder was ich musste aber habe weges ja ich hatte wege so vorbildlich oh kein ein minuten wort kati ich muss kein kex und keine best okay ich muss mitte okay aber auch lustig dass die war ja einfach da rumstehen und keiner irgendwie bei mir bei mir drei stück du kannst du haben wenn ich gemacht habe alles klar hat schon gut an aber eine frage hat jemand tippers gesehen ich glaube nicht noch nicht handy nervt nämlich schon langsam ein bad panda ich hab panda hier also cheat any cheat das panda mit ins game holen panda darf nie fehlen nee ich muss immer mit ins game komm jetzt was haben die noch mal im jungle nach wai genau stimmt ja die haben ja erst zerstört ja die stand auch ganz schön allein so ein bisschen fast schon leid getan forever alone ich muss weggehen in die haare der red buff oh god jetzt hab ich so viel mal einer verschwendet nein so ne scheiße das gibts doch nicht können wir ja nicht mal was an chines kaufen nur boots weil ich das erste test nicht gekriegt habe wenn man es ist so poni wenn du mal bottling ganken könntest ich muss gut flash ich muss ein bisschen aggressiver für die spiel on board lane denk mal ripper ist auch schon geworden ich hätte gar nicht so bauen müssen eigentlich ja egal oh wai hier hacker ram ok it's ok oh die wai ist trotzdem level 3 ok 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 warte Jetzt muss ich aber am Ende aufpassen, ne? Alter, ich hasse Lucien, ne? Ist so schlimm im Early Hacker, du könntest von hinten kommen You know what I mean, hm? Oh nein! Hat sie dich neu erwischt? Ja, schade Ich will es nicht kriegen Okay, nice, noch nix aus Och Gott, wie schlecht war das denn bitte? Uiuiui Nur weil du geredet hast, irgendjemand Oh, tschuldigung, okay Okay Ich ärgere mich über mich selber, nicht über andere Leute Oh, wie mega schlecht das war Ja, nur weil du geredet hast, Schweizer Nur weil ich rede Ja, Schweizer, echt Report, mehr soll ich da nicht Ich bin mega leicht verunsichert und so Schweizer, man darf doch einfach nicht reden, Junge Wir machen eh ne Aufnahme, da redet man nicht Ja, eben Man sollte ja nicht reden, wenn der Scanner nicht play ist, ne? Ja Man sollte ja nicht reden, wenn der Scanner nicht play ist, ne? Stop is miss Och Ich kannte es dann nicht mehr irgendwie Ich... Ich mochte sie mal Aber irgendwie ist einfach Lucian Lane-Bully schlechthin Lane-Bully? Warum dat denn? Weil der Damage von der passiven Luft Oh boy Man stellt sich halt auch immer genau vor ihnen, ne? Tristana ist ja auch, äh, ein Late-Carry Mhm Die hat 110er abgeschont Pfff Sie streckt den Stab geholt, ne? Eieiei Kann man den Gangplank mit Philosophers sagen Ja süß Kannst du Moneymaker GP I'm on the way Da kommt her, boys Das ist alles Boom, ist gewartet Die Wire hat für den Gangplank gewartet Ich hab Stun in der Mitte Also Tibber Stun Ich werd die hier oben machen, ne? Hast du Ulti, dann kannst du Top is miss Eiei Und ich kann schon wieder back gehen Komm auf die Linken, geh back Komm auf die Linken, geh wieder back Ja, du bist gerade in Tor hinterher gedivet Da müssen wir überraschen können Ja, ich wollte einen Kill haben Ja, ja, wär auch gut Schau mal Ja, das ist normal Kannst du jetzt mal Bescheid sagen, dann kann ich mal eben fanken, aber Das kann man auch nicht einfach machen Ich hab vorhin ne Runde durch Leben gespielt, darum bin ich mir mehr Damage gewöhnt Gerade Die Wire kommt Die Wire ist hier Die Wire ist hier Die Wire ist hier Tappers greif an Bitte auch... hast denn Botlink zum Tofen? Oh wealla Den hauen wir kaputt Schön gemacht, da ist Tristana noch und eine Ward, hat sich schon gelohnt. Nice Parry. Oh oh. Ja, der Gangpan kann nix mehr machen. Oh oh, ich glaube ich bin tot. Ja. Ich hab doch was gesagt. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da? Hm. Okay. Finde ich mich mal jetzt mit ab, ne? Oh, ist grad nicht so mega spannend. Da dachte ich bringe ich mal hier ein bisschen Musik rein. Hm. Wir definitiv nicht zu viel reden, ne? Ja, das weiß ich. Deswegen sag ich ja, Musik dürft ihr nicht so doll ablenken lausend. Können wir mal hier, wie heißt die Katze Miau, der Hund war wow. Kennt ihr das? Ist das nicht hier ein McDonalds Lied? Nein. Irgend so ein Kacklied, das in meiner Werbung lief. Okay. Ah, du musst auch, was machst du? SS Mitte. Ups. Boah ey, ich spiel wie der letzte Noob ey und ich mach einfach mit voller Life mach ich meine Ulti an. Hier ist ein Ward drinne. You're retarded ey. Unglaublich. Pass auf, SS ne? Ah. Ich hab's gesagt. Lol, der hat mir in der Base, guck mal, ich bin in der Base tot. Oder sonst wer? Wtf? Geht die Ding? Ähm, der Dot. Ne, der hat mir die Ulti gegeben. Weiß, hättest du's gehört. Irgendwie war ich da drin. Ich, ich die Ulti nach, was? Ne, ne. Die Ulti, ich hab den Buster Shot, in der Base hab ich den Buster Shot abbekommen. Ja. Ja. Kann man, kann man ja mal machen, ne? Hab ich auch noch nie gesehen ey. Ja, halt gibt es. Ja. Aber auch selber schuld. Der kann doch ein Age Arrow hinterher fliegen, der dich dann crittert oder so. Das sieht auch lustig aus. Oh, ein Ward. Dann mal zu kurz ein ganzer fucking Arrow Attack, der über die halbe Map fliegt und dich tutet. Ja, ist gut. Naja. Ist jetzt nicht so tragisch. Hast dich ja gekillt direkt. Ja. Den Gangplank auf jeden Fall auch outfarmt. Lol, weiß ich ja. Der kann ja nicht zu ihm machen. Der hat ja auch 46 AP, lol. Das ist ein AP Plank. AP Plank. Oh man ey, das ist ja noch, noch bescheuerter. Du sollst einen Blubuff im Senerate haben, ne? Sorry. Muss sein. Lol, wie sie mir Instant Ulti gibt. Und gut Job Hacker. Und gut Job Leona. Warte, warte. Hacker kommst du? Ja. Ich würde sagen nicht, nicht Titan. On my way. On my way. On my way. On my way. Ich komm da nicht dran hier gegen pack ist irgendwie ein bisschen sehr strange ich hab ulti stun ok bot lane move nicht leider pushen wir direkt weiter ja ich fahr mehr mal die minions wollen wir drake na ich helf da nicht ich mach da sowieso kaum schaden wir haben nach einem klingel oder normalen wort mit rassan reden becken und immer hier wir waren auf den wir können rauf gehen auf den duschen ja aber da ist ein wort und ich kann mich nicht geschickt anschleichen genauso ganz sneaky über den push und so ein bisschen scheiße ich kann auch kaum aus tristana kommt oh fuck ich sterbe man diese e scheiße wäre ich doch lieber weggeflasht scheiße hat mich zwar jetzt so mitgenommen schade der baby es gibt die boi bei die boi jetzt ist rambo time werde ich nur noch alles rein diven tust du das ja ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde mit dem herz doppel zu verfahren ich sterb ein bisschen ist leona aber wir haben viel geredet ich wollte mal gucken ja genau ein bisschen reden ok aber was sagen wir denn jetzt alles so ich weiß gar nicht was man da sagt meine schuld ach so doch schaffst dann komm her der gangplank der macht sich direkt raus aus seinem stand der gangplank ich mag keine bläder frist dann nur dass er mich nicht fragt dass ich baue ich finde auch trinity besser ich komme ich habe auch tippers komm her tippers kommt boom tippers hat b**** left tanking like a bowels tanking like a bowels wuuu penta kill alter hast du wirst du wieder spannen wenn ich ihn penta stehlen würde ne ah ich muss weg manniest cry ever höhde oh die annie quadra kill trinder und annie regeln wuhuuu nein annie panda und trinder mehr ja vergiss meinen panda nicht ins gesicht gecridd klack 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 ja der panda obwohl der ist jetzt ne woche in rom in rom in rom ja was macht der denn da weiß ich nicht gladiator kämpfe glaube ich so für geld weiß ich nicht ich weiß es nicht ich glaube schon ne sonst wäre er nicht in rom willst du gegen die alle kämpfen? macht Sinn ja ja warum der will dich nur reinbaiten damit du gegen alle kämpfst ah der lucian boah der macht ja eh open ich hier hier lang hier lang kommt kommt her kommt her oh dies 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 tristan oh mein gosh annie annie btc btc und da kommt der crit und da kommt noch ein crit und zack und alle gekillt nein doch nicht komm schon ich hab noch ein stun komm her mach nen pender du lol hä was mach ich denn hä was mach ich denn hier oh mein god ich laufe bt 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 wuuu was war das denn du bist ja irgendwie komisch rumgelaufen mann ja kann man auch mal machen ne also ist ja auch ne taktik ne ja ok unstoppable ich push halt in mid lane böse hab ich gefailt hätte auch mal guten penta sein können wenn ich mein hirn angemacht hätte wenn schaffst du nicht in den anderen gehst du auch noch den stil feld ja wer sein hirn an hätte das ja bekommen oh ja da war zu krasser bürste uuuh ne ich war einfach zu doof ja aber hast du das hirn immer noch nicht angeschaltet also jetzt ja langsam wird's peinlich egal nächstes item ha 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 da lachte ich aus na eiskalt krass ne dankeschön soo oh die nulu ist level 7 ist ja süß ich hab extra gewartet was sie gewollt hat guck von mir hier kommt die tristan NEIN fail tippers fuck this shit und fail fail au eh flamme wieso die ging doch auf die minions nicht auf den typen achso ich dachte du wolltest auch bloß hin naja ich mach mal den dragon ne das war ne fail flamme da kann man ja zu sagen ja ja die tristana was ist da los die hab ich ausgeracht naja die justin hat jetzt genauso viele kills wie ich das ist nicht cool ich mach sogar noch mehr passt doof du was denn am leben schub da wupp da schub da wupp ja schub da wupp ja schub da wupp ein item bei binding of isaac ja ich weiß er ist cool er ist auch verdammt stark das laser das laser magst du drauf gehen leona ne ja wenn er rauskommen würde gib dem nicht den kill doch gib mir den kill hier ist doch unter dem tower noch ja ich würde auch sterben nein bitte nicht ich brauche den egal der ist ein kleiner wegläufer was hat er denn für schule da ich schneller holen naja wo die am besten die schon bei boots mach ich sowieso wenn ich Spaß haben will weißt du doch ich werde ein bisschen aufregen ja here is my next kill sicher that's my boom verdammt give me my next ich würde mir gechased von tristana ich schmier jetzt muss ich noch 40 gold in der base warten verdammt xperic 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 ist der neuer lass den trinder in ruhe nein jetzt macht er 3 kills ey ich könnte kotzen hey ficken alter fuck man du bist tot ja oh ok jetzt hole ich mir die 3 kills wieder pass auf please not hab ich so hart erkämpft meine 3 kills oh da ist schon der erste weg kannst du schon mal nicht mehr holen scheiße es sind aber auch ein paar nullten die Gegner nein meine schwelle mein gott mein gott mein gott jetzt wusste ich gar nicht was ich sagen wollte mein schweizer du echt was könnt ihr denn holen was haben wir eigentlich mal was hab ich denn getan ah ihr habt da nen tower gemacht selbst schon langer infinity edge edge einfach mal blade of the ruined king static und infinity edge oh mein gott das ist so gg als wenn ihr jetzt nur alle 20 kills kriegen würden dann könnt ihr die immer noch tun oh der hackerin oh dem feeders dem feeders oh jetzt komm ich kill den schweizer denkstens du hast mehr tode als ich ja der darf doch oh nee yeah ich hab die kills wieder ich hab die kills wieder der hat genauso viele kills wie ich der knecht oh oh gg und ich hab na fuck du hast mehr Assists verdammt aber ich hab weniger tode das war's ne ok das war ein kleines let's play ähm wir sehen uns auf jeden fall das nächste mal wir drei sagen oder wir fünf sagen tschau bis zum nächsten mal tschau wir müssen jetzt noch treffen bis zum nächsten mal h